und er wird mit ihm so nun nicht möglich gucken mit bei mir verbindet sich ziemlich lange herzlich willkommen auf meinem kanal wir spielen heute ein bisschen zusammen mit der Wettbewerb um das wird immer schön nun müssen man sich in der Welt gekackt alle dann warten noch kurz wir kommen schon noch spielen er ist nicht zu lernen eliminierung keine beschränkungen überraschend sein oder sonst irgendwas um Ich muss nur die Bühne machen, ich mache die, ich mache. Ich mache die Bühne. Ich mache die Bühne. Ich mache die Bühne. Einmal habe ich die Bühne. man sieht bei meinem Leibschirm nix sorry Lili führte mich aus das kann ich jetzt nicht dafür ähm und musst du glaub ich ähm bloß noch Fensteraufnahme reintun äh warte mal Arthur ich muss noch hier kurz was regeln ähm fuck Klinik nun und es ist ja mal gut den Staaten die Stadt wird noch so nix mit der Live-Chat Hallo Lili Lili äh also wenn du das kannst du mal aus dem Chat schreiben ähm macht man das äh 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 ja wenn du jetzt auch rum kann losgehen äh 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 wird gestartet komm ah jetzt äh 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 ich glaub man sieht man jetzt auch was warte gut gut er ist an kann losgehen äh äh ja 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 äh wenn ihr was hört dann schreibt mal bitte in den Chat bitte schreibt mal ja in den Chat kann alles hören ich höre was ja äh ja ja okay 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 warte mal könnte aber auch um 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 legen nein warte mal kurz hier gibt es gleich die Störung gibt es gleich alles klar äh man ist normal in einstellen konnte man das einstellen wo man das hin machte oder wo waren es um man man wird gibt es die Störung um 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 im hr guck mal kurz bitte auf mein ober ne hallo david guck mal bitte auf den Stream also auf den Dings klich warte ich probier das jetzt noch mal chill´d mal kurz hmm da kann dadurch kommt zum copyright bekommen konzert nein ich komme nicht herr so ich bin hier gerade auf das kommt mit dem freund wir wollen den Ort spielen das gleich probiert ich sie wollen bei dir die jungen die Städte oben das ist ein bisschen ja ich bin allein in der grüße von mir ihr wart grüße von der Lille doch die ja ernehmlich viel gebrauchen das hast du nicht meine fresse ich kann dafür einen strike bekommen lass mal aus jetzt der boot schau ja moin ja ja was man soll ja du musst nur kurz bei ob es bei mir gucken bei mir wird der ohr stimmig angezeigt hat man ich gucke ich will gucken was man ja auch was angezeigt wird aber ich gucke ich will gucken was bei mir gezeigt wird ich gucke ich will gucken was bei mir gezeigt wird drei leute bei ob es bin ich bin ich bekomme gleich ein strike noch aus jetzt doch du sollst aus mann ich bekomme ein strike auf youtube das ist ein live stream da geht immer wenn ich wegen den strike bekommen ich schwöre junge dann haben die mich auf youtube nicht mehr da wird man bei mir jetzt bitte ja ich muss jetzt hier irgendwie bildschirm aufnahme spielaufnahme hier kannst du auch machen probieren ok noch ok bei mir war auch nichts drauf ich gucke von uns die geprüft ob es bei dir und noch drei leute im tschirm schreibt aber keine wenn ich bin es gibt nicht mehr und war doch jetzt 3m aussehen jetzt kann man sehen auf auch ja okay wenn ja dann schreibt man bitte ein ja klappt okay danke also damit wir spielen ja überraschungshelden eine beschränkung noch keine beschränkung das ist besser nämlich david guckst du bei kraft mit mir zu ja das bist du ja ich habe das mal auch nur so gut ein jahr hier die neue sie wird er so auf okay er hat die lehrte okay um er was man ja komplett es lohnt sich für unsere Welt zu kennen ich hoffe es bleibt nicht in Slack dann also wenn ihr gerade was sagt dann weil bei mir wird es immer noch bei mir wird gerade schwarz angezeigt auch janka kentert vorne ist ja noch ein baseball scheiße ich bin du kannst es auch immer gucken wo ich bin wollen wir mal bitte aus ich bekomme ich noch ein strike wenn es wenn es nur kopiert ist bekommt ein strike kann sie nicht nach unten gehen scheiße es eben ist überhaupt das gefecht wird von daher ist kein problem alles jupi leckten hat okay ich muss wieder zurück ja genau dann ihn soll ich nehmen, schreibt mal in die Kommentare er hat 30 Sekunden Zeit ja in der Nähe weil wir mal weil wir mal noch schreibt die Wupp braun die hier oder wen ich nehme mal vor kurzem den noch weil ich weiß jetzt nicht, wo du meinst die Wupp braun wo du drauf bist achso ok warte Ehre bedeutet Erlösung wirklich? ja wie Lilly lasst mich euer Schild sein andere Schase wir gehen in 30 Sekunden äh warte hallo Lilly jetzt geh raus aus meiner Aufnahme hallo ich rufe hier zurück Schott beim Hören. Äh. Haben wir einen Healer? Scheiße. Oh shit. Alter. Ich kann mit deinem Spiel. Oh mein Gott, jeder ist so fair, aber da ist die Graf 4 bei mir im Live-Trip. Beim Menschen auch 4. Na, wir die... Knacken dann. Ich bin auch an so. Hab ich auf PC noch nie gespielt. Nicht so geil. Wenn wir die 5 Likes machen, dann überlege ich mir noch mal. 5 Likes. Oh, richtig weggeschautet. Das gefällt. Ach du Scheiße, kleiner Fettsack dort. Und. Oh na, Hamster. Return alone. Oh, Zenyatta. Oh, Headshot bei Zenyatta. Der hat kassiert, Digga. Oh. 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 Also da kommt man hoch. Ich muss mal hoch. Oh, ein Tank ausgeschaltet, Alter. Der hat Rache in dir. Geil Arthur, die ist echt geil. Ja, ist noch durchgekommen. Doppelkill! Oh mein Gott, der wird mir komplett abgeschopft vom T-Bet. Dann seh ich mich nicht. Ich guck mir mal hin zum Dach. Ui! Hanzo und kommt! Und geht! Es sind grad vier Leute da. Könnt man bitte alle was in den Chat schreiben bitte? Weil ich will wissen wer da ist. Das ist eure gerechte Strafe! Dann schreib mir im Moment 2. Was ist kostenlos? Das ist eure gerechte Strafe! Äh, für eine Woche das Spiel, oder? Ja, für eine Woche ist es kostenlos. Danach musst du was bezahlen. Aber ich kauf's mir eh. Ich bin immer noch da. Ja, das weiß ich nicht. Aber ich mein die anderen da. Da sind ja immer noch drei Leute. Ich kauf einer so lang. Och, Mann! Scheiße! Ich kauf's gerne auf. Ich komm mal auf. Guck mal auf. Guck mal auf! Komm, ich guck! Ohhhh! Du sollst mal Autokladen vielleicht, Lose? Guck mal auf. Guck mal auf! Guck mal auf! Guck mal auf! Guck mal auf! oder dass man in Zukunft im Kante doch vielleicht starten noch nicht auf Kult waren diese märz sie alle so glücklich auf den männern kaum kommt und hängt rein so schön wie der trotz der perfekte mir ja ich glaube ich gründet das stand gehört also müssen die bitte viele Nee, ich wär da vielleicht. Möchtest du das spielen? Nee, alles gut. Oh Gott, so stabiles Ende ist die. Egal. Äh, es setzen beide 0 ein. Hab ich bemerkt. Wir leben aber noch. Erst Junkrit, dann O'Fara, und dann war ich dann hier einfach genauer drunter. Oh Scheiße. Facken muss grad so hart ab. Nein. Wie holt man sich das kostenlos? Ähm, über Blizzard dort net. Battle. Battle. Ja, Blizzard Battle. Hm. Es ist ne Wochen kostenlos, da bekommt man auch Overwatch für immer geschenkt. Was ist? Mal komm. Pfff, alle meine teammates verpissen, ich lass mich alleine. Use these. Just train for my bus. Tracer hier. Zeit, die Sau rauszulassen. Warum, wenn sie sich nicht wachten. Boah, sind ja viele. Hier hätt ich mal ne Ulb gebrauchen können, ey. Was ist denn der dritte hier? Was ist denn der dritte hier? Der schreibt nicht. Ich schreib mir die ganze Zeit bloß 2. Ich geh gar nicht. Doch, du musst erst Blizzard Battle.net herunterladen und dann kriegst du das ganze Zeug kostenlos. Boah, der hat den Ulb, alter. Ich renne noch mitten rein. Ich auch. Wie viele haben nun diese Ulb, alter. Ey. Ey. Oh, der hat mich dann holt. Ich halte das auch noch mal mit dem Auge. Ich nehme mal einen anderen. Äh. Auf Tank habe ich keinen Bock. Äh. Ja, ich hab sie. Ist gut. Alte, das ist alles so artig. KRZivi, aber ich hab sie, komm. Ich sage mal, wie es geht. Nö. Nö! Nachимся Herbertz holen Sie sich noch das kill Rio! uhan前, ich kann vier R ecc. Mich, ne unter� ANSEL Ich kriege es, bitte auch auf mich komplett aus飛 2015 Inwalt 0,16 jaar größer warenah- halbe-üμεitendirenkoartig. Und das Video inzwischen zuletzt du also wie Enter. Nein, aber leider nicht. ...und, da müssen wir hier potentially schragen. das ist der größte dreck macht nach dem stream ich mache kein spaß ich werde hier oh miche da in Easy. Bro. Äh, also, sobald man den startet, wird der auch gleichzeitig online gestellt, also von daher. Sonst wäre es ja kein Livestream. Oh! Ich bin allein. Geil! Ich hatte zwei Doppelklösschen, naja. Die Schuhe legt sich unter den Rest. Nee? Ja. Du hast noch CSG oder? Äh, ne. Oh. Du hast CSG, was kostenlos? Echt? Jo? Vor früh, kann man sich holen? Hol ich mir dann nach ins Spiel, okay? Kannst du mir dann erklären? Aber mein Freund, ähm, hat mich jetzt gesagt, ob ich CSG spielen will. Deswegen habe ich dich jetzt gefragt, ob du es hast. Äh, ne, leider nicht. Äh, bro. Du kannst es, du kannst jetzt nur kurz raus tippen und dann. Och, genau. Jetzt habe ich die Dings geöffnet. Ähm, ich nehme... Ja, ich... Ich frage mich immer noch mal, wenn du dringend bist. Ich nehme dich nicht. Ich nehme dich, äh, also. Ach, du hast jetzt auch, okay, dann zocken wir gleich auch noch zu dritt, oder? Äh, ich hole dich, ich habe auch so einen Freund gerade gesagt, ich hole keine mit rein. Nein, ich hole auch meinen Freund. Oh mein Gott, ich bin fast. Ich hole keinen mit rein. Ich mache den Stüm allein. Oh. Ja, das wäre auch Unfall gegenüber dem Auto. Willkommen im Stüm. Oh mein Gott. Wein. Das seltené Beziehung Malenommen noch zient. Was? Wie lange wir dir noch 10 Uhr an Kunde möglich Benjamin De Group können wir haben in der Strecke seit einer halben Stunde wir machen noch bestimmte eine halbe Stunde wenn das die Stream geht jetzt schon seit 30 der 20 Minuten ja und genau zu tun Junge ich hab dich beim Sport und die Frage hast du nicht Junge 3 Leute aber ich weiß noch was von zwei also die Linie schau zu der Arte schau zu und dann noch irgendjemand ein ganzer Bildschirm kann nicht aufgenommen werden weil eben keine Ahnung so komischer Back und zwar die was ist so einfach es 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 ist so einfach ich habe gerade echt 3 HP und habe sie noch gemerkt eine Diva geht auf ihr Leben und eine Diva ist schon da also noch ein paar andere hast du nicht alter hast du nicht alter boah ich hasse mein teammate also Aktion 3 Millionen vom teammate erschießen zwei die was gleichzeitig auf mich die mit hat so eine asoziale Aktion gemacht er ist und er ist gekommen und hat mich ich habe um den Weg verspät damit ich nicht rauskomme nicht gestorben also noch die hatten wir nicht aber auch ich habe ich habe Ich habe mich abgesehen.